Wenn ich zeichne, dann gibt es ein paar Voreinstellungen, die ich mir zunutze machen kann. Hier oben sehe ich zwei Symbole und wenn ich das linke einmal aktiviere, dann sehe ich hier ein Gitternetz aufgezeichnet. Ich kann jetzt da ein bisschen reinzoomen, wenn ich auf Steuerung und das Scrollrad gehe, dann kann ich hier ein bisschen das größer anzeigen. Und diese Abstände hier, das sind voreingestellte Abstände, das ist ein Zentimeter mal ein Zentimeter jedes Quadrat und da sind vier Unterteilungen immer, also 0,25 Zentimeter. Und wenn ich jetzt zeichne und hier einmal das Rasterfangen aktiviert habe, dann sehe ich, dass ich immer ein Quadrat bekomme, was ein Zentimeter, genau ein Zentimeter mal ein Zentimeter ist oder dann hier mit einer Seitenlänge von 1,25 Zentimeter. Das heißt hier, das springt immer um 0,25 Zentimeter und das passiert auch hier mit der Ellipse. Da sehe ich auch immer, dass das in regelmäßigen Abständen dann springt. Und wenn ich das aufheben möchte, dann klicke ich einfach hier das an und dann kann ich hier beliebig ziehen und weiß, dass das dann nicht diese voreingestellten Abstände sind. Wichtig hier auch, dieses Raster im Hintergrund, das wird nie mitgedruckt. Und ich kann da auch Einstellungen vornehmen, wenn ich zum Beispiel auf Extras gehe und auf Optionen, dann kann ich einmal unter LibreOffice hier unter Anwendungsfarben gucken. Da sehe ich dann einmal, dass ich hier einmal bei meinem Textdokument das Gitter verändern kann, die Gitterfarbe, das ist, wenn ich den Writer benutze, das ist meistens ein bisschen zu hell. Das kann man hier dann ein bisschen abdunkeln und von LibreOffice Draw, da finde ich hier bei Zeichnungen das Gitter, da kann ich auch die Anzeigefarbe verändern, vielleicht schwarz machen oder vielleicht blau machen, je nachdem, wie ich das mag. Und ich finde hier noch ein paar andere Einstellungen, die ich eben erwähnt habe unter LibreOffice Draw. Hier unter Raster sehe ich, dass hier meine Quadrate über 1 cm x 1 cm sind und dann diese vier Schritte, also immer 0,25 als Voreinstellung dann zu sehen ist. Das kann ich auch abändern, wenn ich möchte, aber ich finde, das hat sich als sehr hilfreich erwiesen, diese Einstellungen zu übernehmen und damit dann zu arbeiten. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw, den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.